ein schüler geht zu seinem meister er sagt er wolle unbedingt dessen kampfkünste lernen und fragt wie lange das wohl dauern würde zehn jahre antwortet der meister der ungeduldige schüler jedoch ist nicht zufrieden mit dieser antwort das muss doch schneller gehen denkt er also betont er er wolle es wirklich schneller schaffen und sei bereit jeden tag mindestens 15 stunden hart daran zu arbeiten ach was tag und nacht wirklich so unbedingt wolle er das wie lange es denn in diesem fall dauern würde 20 jahre antwortet der meister ich verstehe nicht meister sagte enttäuschte schüler warum es dann noch länger dauern soll der meister wiegt den kopf und sagt es ist dein übermäßiges wollen dass dir die kraft entzieht wenn du ein auge schon auf dem ziel hast kannst du nur noch mit einem auge auf den weg schauen ich sage wieder einmal halli hallo bei meinem podcast burnout an der leichtigkeit des seins diesmal in einer folge über freundschaft heute geht es um eine spezielle art der freunde wie sie fast jeder von burnout betroffene kennt nämlich die die immer und immer wieder die gleichen zum teil schwerwiegenden fehler machen und die uns die wir zusehen und mitfühlen das herz bluten lassen ich habe drei geschichten von drei personen aus meinen coachings für dich in petto die so einiges mit ihren freunden durchgemacht haben heute wird also mal wieder aus dem burnout coaching berlin nähkästchen geplaudert natürlich erfährst du von mir auch was das ganze mit burnout zu tun hat wie es das beeinflusst und wie du damit umgehen kannst wenn auch du freunde hast die schwerwiegende probleme haben und deren offensichtliche lösung einfach nicht angehen gleich und gleich gesellt sich gern was der volksmund schon immer wusste haben psychologen heutzutage inzwischen belegt wir werden geprägt gesund oder ungesund in unserer kindheit von unserem umfeld und so suchen wir uns auch als erwachsene freunde die eine ähnliche gesunde oder ungesunde prägung erfahren haben in ihrer kindheit wie wir selber so kommt es dass wir in unserem freundeskreis oft ähnliche verhaltensmuster oder auch probleme entdecken wie die die wir selber haben denn wir menschen wollen vor allem verstanden werden und suchen deswegen unbewusst auch immer wieder nach menschen die uns verstehen und wer könnte uns besser verstehen als freunde die ähnliche erfahrungen in ihrem leben gemacht haben wie wir aber nicht nur das wir wollen auch unsere kindheitssehnsüchte auflösen also situationen und konflikte die wir als kinder vielleicht immer wieder erlebt haben die belastend waren die sich nicht aufgelöst haben von denen wir uns aber so sehr gewünscht haben dass sie sich auflösen mögen weil unsere kindheit oder unser verhältnis zu bestimmten personen dann einfach so viel schöner gewesen wäre daher sucht unser unterbewusstsein sich auch manchmal menschen aus mit denen wir diese situation wieder und wieder erleben können in der hoffnung dass wir es diesmal als erwachsene schaffen sie aufzulösen und die erleichterung die wir uns als kind so sehnlich gewünscht haben endlich auch erfahren dürfen was genau deine kindheit mit deinem leben heute zu tun hat wie die kindheit die wir hatten uns beeinflusst oder vielleicht auch das burnout beeinflusst hat wie unser unterbewusstsein funktioniert und warum wir das sind was wir sind heute hast du schon ausgiebig in staffel 1 von mir erfahren und auch dass es belastend sein kann wenn wir menschen in unserem umfeld haben die ein völlig anderes verhältnis zum wert ihres lebens haben und deswegen auch immer wieder entscheidungen treffen die wir nicht nachvollziehen können wie zum beispiel die mutter von ulrike die schwere alkoholikerin war immer und immer wieder erlebt ulrike in ihrer kindheit und später auch noch als erwachsene ihre mutter wie sie hilflos war wie sie sich nicht um sich selber kümmern konnte wie sie so betrunken war dass sie dachte dass sie sterben würde wie sie tagelang verschwunden blieb und ulrike als kind sich selbst überlassen war wenn du als erwachsener dein leben auf die reihe kriegst und arbeiten bist und selber kinder hast und so weiter und dann jemanden in deiner familie hast der so stark alkohol krank ist dass du immer wieder hinfahren musst um zu gucken ob die person noch lebt dass du diese person immer wieder im krankenhaus abholen musst und so weiter und so fort dann kostet das einfach unfassbar viel energie die energie die wir haben ist die energie die wir für unser leben brauchen und wenn dann jemand anders sein leben nicht im griff hat und von uns erwartet dass wir es für ihn im griff haben übersteigt das eben oft unsere leistungsfähigkeit ulrike war aufgrund ihrer schwierigen kindheit und weil sie angst hatte selbst irgendwann an der sucht zu verfallen lange in therapie sie hat später in unseren coachings auch abgrenzung erfolgreich umgesetzt ihre mutter gegenüber und dann passierte das mit dann mit danni war ulrike seit der schule befreundet alles war ganz normal sie kicherten zusammen sie teilten ihre erste verliebtheit miteinander dann studierte und machte ihren master ulrike machte ihre ausbildung und arbeitete sich hoch beide hatten ihr leben eigentlich im griff ab und zu gingen sie zusammen feiern und manchmal fand ulrike dass danni etwas zu heftig feierte aber sie machte sich keine gedanken denn irgendwie ist es ja auch der zeitgeist und irgendwie schien danni ihr leben ja trotzdem im griff zu haben bis eines nachts dieser anruf kam und ulrike aus dem bett warf danni hatte sich bei sich zu hause in ihrem badezimmer eingeschlossen und hatte angst sie hatte einen ziemlich schlechten drogentrip und wie sich raus stellte denn ulrike fuhr in dieser nacht zu danni um für sie da zu sein hatte danni auch oft ungeschützten geschlechtsverkehr gehabt und außerdem noch angst sich mit irgendwas angesteckt zu haben wie gesagt die beiden waren lange befreundet hatten auch die tiefsten abgründe miteinander geteilt und als gute freundin begleitete ulrike danni am nächsten tag zum arzt dieser wiederum stellte einen reduzierten allgemeinen zustand bei danni fest und ermahnte sie ihr leben um 180 grad zu drehen weil es ihr sonst früher oder später gänzlich entgleiten und sie ernsthafte schäden davon tragen würde ulrike war schockiert denn danni war ihre beste freundin und sie wollte sie nicht verlieren auch für danni schien dieses erlebnis erst mal ein bisschen nachzuwirken denn danni versprach hoch und heilig dass sie jetzt alles ändern würde nach ein paar wochen jedoch kristallisierte sich heraus dass danni eigentlich keine motivation hatte sich hilfe zu suchen und vor allem dass die einsicht fehlte denn noch hatte sie ihr leben ja im griff sie hatte immer mal wieder rückfälle wenn ulrike mit ihr zusammen unterwegs war und es gab irgendwo eine party oder so dann passierte es dass danni plötzlich verschwunden war dass sie sich tagelang nicht zurückmeldete und ulrike sich sorgte und sorgte und sorgte erschwerend für ulrike kam die vorbelastung durch ihre mutter hinzu und die tatsache dass jedes mal wenn danni verschwunden war oder sie mitbekam wie danni sich wieder mal völlig abgeschossen hatte erinnerungen an ihre kindheit hochkam und ein gefühl der starken frustration weil danni viele ausreden aber keine einsicht kannte da ulrike viel verständnis viel geduld viel mitgefühl hatte jemand ist der tendenziell immer erst mal an die anderen denkt und deren wohl in den vordergrund stellt brauchte es eine weile bis sie sich irgendwann die frage stellte wie sehr diese ständige sorge um danni sie in ihrem alltag eigentlich belastete und wie sie weiter verfahren sollte mit dieser situation da es ja voraussichtlich auch zu keiner änderung kommen würde danni hatte sich entschieden über ihre eigene belastungsgrenze zu leben und ulrike erkannte dass danni nicht nur ihre eigenen grenzen sondern auch ulrikes belastungsgrenzen ständig und immer wieder überschritt in einer unserer sitzungen sagte sie mir dass sie das gefühl hatte dass der widerstand irgendwas zu ändern sich hilfe zu holen eine therapie zu machen mit jedem mal größer wurde damit hatte sie wahrscheinlich nicht unrecht wie du auch schon aus der ersten staffel weißt wollen wir unsere eigenen entscheidungen treffen und wir mögen es einfach nicht wenn andere leute uns lösungsvorschläge machen selbst wenn die gut sind und manchmal und sehr unbewusst machen wir dann das richtige aus prinzip nicht einfach nur damit wir das gefühl haben können dass wir wir ganz alleine entscheider in unserem leben bleiben aber wie gesagt auch das hast du alles von mir in staffel 1 bis 3 schon erfahren während unseres coachings kam ulrike jedenfalls eines tages zu einem gesunden schluss sie konnte dann nicht entmündigen und entscheidungen für sie treffen denn das war erstens unmöglich und zweitens wäre es respektlos gewesen immerhin war es dannis leben und so wollte sie auch dannis entscheidungen zumindest danni gegenüber nicht mehr anzweifeln sie konnte die entscheidungen für danni nicht übernehmen sie stellte aber auch fest dass sie eben auch nicht verantwortlich sein konnte für die konsequenzen der ungesunden entscheidungen immer und immer wieder mitzutragen und ihre energie darin zu verlieren ohne das zu wollen und ohne das entschieden zu haben entscheidungen sind entscheidungen auch wenn sie aus unserer sicht falsch sind wir wollen ja auch entscheidungen für uns treffen mit denen manchmal auch nicht jeder einverstanden ist aber es ist ja unser leben und die anderen so wie danni wollen das gleiche recht als guter freund meinte ulrike wäre es ihre pflicht bedenken ehrlich zu äußern das hatte sie mehrfach getan und aber schlussendlich auch zu respektieren dass danni sich für sich eben anders entschied so wie damals von ihrer mutter begann sie auch sich von danni abzugrenzen manchmal sagte sie geht es eben nicht anders wenn man nicht selbst mit den schlechten entscheidungen der anderen den bach runter gehen will und manchmal weinte sie traurig bedeutet es eben auch wie in diesem fall bye bye freundschaft manchmal ist es aber auch genau die abgrenzung die dazu führt dass personen den entscheidenden schritt gehen den sie gehen müssen wenn sie in ihrem leben nicht untergehen wollen wie du in dieser folge auch noch erfahren wirst jetzt komme ich jedoch erstmal zu der zweiten geschichte die ich dir heute mitgebracht habe und das ist die geschichte von johanna zeig mir mit wem du gehst und ich sage dir wer du bist manchmal ist es nämlich so dass wir uns zwar freunde mit einer ähnlichen prägung suchen wie wir selber sie haben dass aber unsere entwicklung im laufe des lebens trotz der gleichen prägung eine völlig andere richtung einschlägt johanna kennst du auch schon aus der ersten staffel sie war alleinerziehende mutter eines neunjährigen kindes auch johanna hatte genauso wie ulrike eine schwierige kindheit aggressive eltern und auch schon eine therapie hinter sich johanna selbst ist übrigens eine sehr liebevolle und sorgsame mutter die aus der therapie heraus genauso wie ulrike viel über ihre eigene kindheit reflektiert hatte und entscheidungen die ihr kind betrafen vielleicht deshalb auch etwas bewusster fällte als manch andere eltern johanna hatte eine freundin silke auch silke war alleinerziehende mutter von drei kindern johanna und silke kannten sich lange und waren immer auf einer wellenlänge was das politische anging den humor sie teilten hobbys und so weiter und so fort irgendwann jedoch bekam johanna mit dass silke immer häufiger ihren stress und ihren frust an ihrer ältesten tochter eine spielfreundin des sohnes von johanna ausließ manchmal versuchte johanna mit viel fingerspitzengefühl silke darauf anzusprechen aber statt einer einsicht oder gar eine änderung kam es eben nur zu fadenscheinigen ausreden und nach und nach wurde das verhalten von silke gegenüber ihrer tochter schlimmer und schlimmer in unseren coachings sah ich johanna lange mit sich selbst dringen eben weil die beiden ja inzwischen so lange befreundet waren und weil zwischen johanna und silke persönlich ja eigentlich auch alles in ordnung war johanna war sich nicht sicher ob sie sich da wirklich tiefer reinhängen sollte in das verhältnis zwischen silke und ihrer tochter oder ob sie ihr damit eventuell auch zu nahe treten würde und ob ihr so ein urteil überhaupt zustünde ob sie die situation vielleicht selbst auch überbewerten würde aufgrund ihrer eigenen geschichte ihrer eigenen kindheit und naja wenn du selber kinder hast dann kennst du das vielleicht auch es nervt wenn immer alle alles besser wissen wollen als du was erzieherisch richtig ist wie du dein kind anders ernähren solltest und 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 gerade heutzutage fühlen sich eben auch wirklich oft hin zum kunst dazu befleißigt fremde eltern zu belehren über die belanglosesten dinge silke war ihre freundin johanna wollte ihr auch auf keinen fall unrecht tun oder auf die nerven gehen das ist ein häufiges problem bei burnout betroffenen und deren schwierigen freundschaften dadurch dass man selber häufig schwierige phasen in der eigenen kindheit erlebt hat es ist manchmal gar nicht so einfach für sich selber zu beurteilen ob das verhalten einer fremden person wirklich angemessen ist oder nicht und wenn es dann um so enge und langjährige freundschaften geht ist die angst ein falsches urteil zu fällen und falsche konsequenzen zu ziehen natürlich umso größer und so zögerte johanna und zögerte und zögerte im gegensatz zu ulrike stellte sich johanna zumindest innerhalb unserer coachings auch nie die frage ob das jetzt für sie besonders auszehrend war und vielleicht war es das auch nicht denn während ulrike und danny stundenlange gespräche hatten über danys probleme die ja immer wieder die gleichen waren weil danny nichts ändern wollte war das für johanna nicht ganz so johanna verbrachte vor allem wenn sie alleine waren eine angenehme zeit mit silke und hatte eher selten das gefühl dass silke ihre energie fressen würde eines tages jedoch kam johanna zu mir und hatte sich vorher mit silke und ihrem sohn und silkes ältester tochter zu einem spieletreffen verabredet sie waren draußen gewesen in der natur die kinder hatten viel getobt und wie kinder sie sind wurden sie auch ein bisschen übermütig später als sie wieder zu hause waren fiel johanna auf dass sie ihren sohn in einem ungewöhnlich rauen ton zurechtgewiesen hatte während dieses ausflugs sie dachte über die letzten treffen mit silke nach und stellte fest dass diese passive aggression irgendwie ein bisschen auf sie abhärbte dass sie wenn sie silkes anspannung spürte wenn sie mit den kindern unterwegs waren selber ein gespannter war und dass sie das diesmal zum ersten mal im affekt offenbar an ihren sohn weitergegeben hatte das war schlussendlich johannas alarmauslöser johanna war sich sofort im klaren darüber dass sie diese art der ungesunden kommunikation auf gar keinen fall in ihrer eigenen familie leben wollte und beschloss sich fortan seltener mit silke zu treffen und so wie auch ulrike plagte auch johanna nach dieser entscheidung noch für einige wochen eine art schlechtes gewissen ein kleiner zweifel ob das die richtige entscheidung war oder ob sie vielleicht eine schlechte freundin war oder die situation überbewertet hatte oder 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 johanna und silke kommen beide aus einer kleinen stadt sie teilten sich einen freundeskreis und so dauerte es nicht lang bis johanna mitbekam dass silke wohl immer härter und teilweise inzwischen richtig bösartig gegenüber ihrer tochter wurde eines tages erzählte sie mir dass sie mitbekommen hatte dass sich das jugendamt eingeschaltet hatte und noch ein bisschen später im coaching erwähnte johanna dass silke nun das kind nur noch besuchen dürfte weil es in obhut genommen wurde johanna war unheimlich erleichtert auf ihr bauchgefühl gehört zu haben sie meinte wäre sie immer noch mit silke befreundet gewesen hätte sie spätestens jetzt das gefühl gehabt dass sie auch mitverantwortlich gewesen wäre für das elend des kindes weil sie es sozusagen toleriert hätte sie war also froh auf ihr bauchgefühl gehört zu haben ihr sohn ist übrigens immer noch mit dem mädchen befreundet und auch wenn johanna den kontakt zum wohle ihrer selbst und ihres kindes zu silke abgebrochen hat so unterstützt sie das mädchen immer noch wo sie kann damit es lernt und für sein späteres erwachsenenleben weiß dass es auch anders und liebevoll geht mit dem zusammenleben und dass es nicht das ende der welt bedeuten muss wenn man sich traut sich aus ungesunden bindungen zu lösen selbst wenn ein oder gar beide augen dabei weinen diese geschichten von ulrike und johanna sind beide traurige geschichten weder danni noch silke waren bereit verantwortung für sich zu übernehmen und ihr verhalten zu ändern insofern hätte sich wahrscheinlich am ausgang der geschichte nicht so viel geändert wenn johanna und ulrike sich nicht abgegrenzt hätten zumindest nicht für danni und auch nicht für silke denn die hätten ihr ding weiter durchgezogen der große unterschied den diese entscheidungen herbeigeführt haben für ulrike und eben auch für johanna ist dass ulrike und johanna ihre energie für diese entscheidungen und für diese konsequenzen nicht hergeben mussten und dass sie diese einflüsse die natürlich auch gerade wenn man aus dem burnout rauskommen möchte und anfängt sein leben umzustellen und für sich gesündere entscheidungen zu treffen tendenziell eher demotivierende einflüsse waren und im schlimmsten fall dazu geführt hätten dass beide noch ewige runden in ihrem burnout gedreht hätten weil die energie einfach gar nicht da gewesen wäre um sie in sich selbst zu investieren das ist nicht nur für ulrike und für johanna und alle menschen die in ähnlichen situationen sind wichtig ist sich abzugrenzen von menschen die immer und immer wieder sich für ein ungesundes leben und einen ungesunden umgang mit sich selbst entscheiden sondern dass es eben auch denjenigen zugutekommt die diese ungesunden entscheidungen treffen erzählt die geschichte von dennis und marco mein vertrauen in dich soll dir zeigen dass du dir selbst vertrauen kannst wenn ich möchte dass du die verantwortung für dein leben übernimmst dann lasse ich dich auch dennis und marco dennis und marco kannten sich ebenfalls schon seit dem studium du siehst auch hier gibt es ein muster die meisten belastenden freundschaften sind nämlich genau dieser natur es sind menschen die wir schon ganz ganz lange in unserem leben haben und das ist meistens auch der grund warum diese entscheidungen der abgrenzung hier so schwer fallen sie kannten sich also seit dem studium sie hatten zusammen gewohnt und gefeiert und mädchen klar gemacht sie waren ins berufsleben gewechselt irgendwann und weiter gut befreundet geblieben irgendwann war dennis ein bisschen ruhiger geworden und hat da eine familie gegründet marco hingegen tobte sich weiterhin noch kräftig aus die jahre gingen ins land die freundschaft bestand weiterhin irgendwann jedoch merkte dennis dass marco auch tagsüber ab und zu betrunken wirkte und dass er auch mit immer seltsameren leuten unterwegs war und so wie Ulrike und Johanna hatte auch dennis große sorge ob er nicht vielleicht überreagiert oder zu sehr über andere leute urteilt und hat sich lange zeit nicht getraut marco darauf anzusprechen bis sie dann irgendwann auf einem wochenendtrip unterwegs waren und dennis merkte dass marco alkohol versteckt hatte vermutlich um einen gewissen pegel zu halten jetzt hatte dennis angst um seinen freund als die geschichte mit dennis und marco passiert ist war dennis schon relativ am ende seines coachings bei mir und auch am ende seines burnouts er hatte sich schon gut abgegrenzt auch von dem ein oder anderen stark fordernden familienmitglied und hatte sozusagen das schon öfter geübt und die erfahrung gemacht dass abgrenzung also auch sehr wertvoll sein kann daher fiel dennis diese entscheidung sich von marco abzugrenzen wahrscheinlich auch ein bisschen leichter als johanna oder ulrike auf jeden fall brauchte dennis nicht ganz so viel bedenkzeit sondern war relativ schnell und relativ klar und gefestigt in seiner entscheidung dennis suchte ein ehrliches gespräch mit marco er sagte ihm dass er seine entscheidung dauerhaft zu viel alkohol zu konsumieren zwar respektieren könnte dass er es respektieren könnte dass marco so lebte als wäre das leben eine ewige party er sagte ihm aber auch dass er selber es nicht ertragen konnte ihn so zu sehen und erwart marco darum seine entscheidung aufgrund dessen dass er das nicht aushalten konnte marco so zu sehen und der angst dass marco irgendwann wirklich was passieren würde bei dem starken alkoholkonsum und so weiter dass er hoffte dass dieser auch seine entscheidung sich etwas zu distanzieren und sich selbst zu schützen genauso akzeptieren könnte offenbar waren sie lange und gut genug befreundet und hatten genug respekt füreinander übrig dass das quasi eine art neue vereinbarung über ihre freundschaft wurde marco versuchte weniger in der gegenwart von dennis zu trinken was auch relativ unproblematisch war weil dennis sich eben auch sehr viel seltener mit marco traf wer sich jedoch mit marco traf war aileen und aileen war marcos traumfrau für aileen stellte marco das tägliche trinken sogar ein er versuchte weniger feiern zu gehen er versuchte sich besser zu regulieren in seinem konsum wenn er den feiern ging aber wie das so ist mit so sucht problematiken ohne therapie ist es eigentlich fast aussichtslos denn die ursachen der sucht müssen aufgearbeitet werden und sich selber zu zwingen einfach das suchtmittel nicht zu konsumieren funktioniert in der regel nur über einen relativ kurzen zeitraum genau so kam es dann auch für mark er war an dem wochenende auf einem festival unterwegs die verlobte aileen war zu hause geblieben und marco tobte sich auf diesem festival so richtig aus und er trank und trank und trank und als er wieder nach hause kam zu aileen war er immer noch betrunken er war so betrunken dass er nicht mehr gerade ausreden konnte aileen war völlig schockiert und als marco wieder nüchtern war stellte sie ihn vor die wahl gemeinsames leben oder alkohol marco der wahrscheinlich auch inspiriert von dennis entscheidung abstand zu nehmen und der jetzt eben auch zwischendurch schon immer mal wieder die erfahrung gemacht hatte dass er zeit mit aileen auch ohne alkohol viel mehr genießen konnte entschied sich für eine therapie und für ein leben mit aileen dennis war einer der ersten die das erfuhren und wenn du so eine situation kennst kannst du wahrscheinlich die erleichterung nachvollziehen die ihn durch jede phase seines körpers zog als er diesen anruf bekam dennis ist hier etwas passiert was ulrike und johanna in ihren geschichten leider verwehrt geblieben ist marco war konfrontiert mit seiner alleinigen verantwortung und mit einer finalen entscheidung denn als das alles passierte war seine verlobte schwanger mit dem ersten kind und marco sah vielleicht zum ersten mal in seinem leben dass er wirklich eine entscheidungsgewalt für sein leben mit seiner frau und kind oder aber weiterhin mit der sucht allein nicht in der hand hatte heute ist marco trocken er lebt bewusst ich glaube er ist inzwischen sogar veganer geworden auf jeden fall haben sie drei zwei kinder zusammen und die freundschaft zwischen dennis und marco ist tiefer und gestärkter als je zuvor sie machen gemeinsame familienausflüge und bleiben wahrscheinlich bis zum ende ihres lebens tief verbunden aufgrund dieser gemeinsam überstandene zeit ich hoffe du konntest dich in diesen geschichten wiederfinden und hast inspiration gefunden für den fall dass auch du den ein oder anderen freund oder die ein oder andere freundin in deinem umfeld hast deren entscheidungen dir massiv zu schaffen machen die quintessenz der heutigen folge kommt als das mantra der woche daher und lautet entscheidungen sind entscheidungen so oder so da ich in den ersten beiden staffeln so viel und ausführlich darüber gesprochen habe wie und warum wir zu dem werden was wir sind wie du mit menschen umgehen kannst die dich stressen oder die dir vielleicht nicht gut tun was abgrenzung bedeutet und wie du sie gelassen umsetzen kannst ohne dich von anderen aus dem konzept bringen zu lassen konnte ich diese folge heute so entspannt und eben überwiegend mit beispielen gestalten der grund warum ich auf dieses spezielle freundschaftsproblem noch mal tiefer eingehen wollte ist dass fast jeder von burnout betroffene so eine geschichte irgendwann erlebt von burnout betroffene menschen sind meistens einfühlsame menschen die helfen wollen für andere da sein wollen und ein sehr großes weiches herz haben was sie oder dich eben auch häufig zum ansprechpartner macht von menschen die immer und immer wieder ungesunde entscheidungen für sich selbst treffen können weil sie wissen dass du oder eben generell von burnout betroffene tendenziell eher bereit sind die konsequenz immer und immer wieder mit ihnen oder gar für sie zu tragen es ist ein klassisches verschieben von verantwortung das alles kennst du schon aus staffel 1 bis 3 und du kannst es natürlich auch noch mal in meinem buch zum podcast nachlesen ich möchte dich ermutigen dir ruhig hin und wieder bewusst zu machen falls auch du in dieser emotionalen Zwickmühle steckst dass du deinem freund oder deiner freundin nicht wirklich hilfst indem du die folgen ihres fehlverhaltens abfederst mit deiner unterstützung dass du deine energie in ein fass ohne boden steckst und dich selbst und deinen heilungsprozess damit zusätzlich gefährdest und dass sie vielleicht eine chance auf ein gesünderes leben haben wenn sie die verantwortung für die immer gleiche fehlentscheidung allein tragen müssen oder dürfen wenn du dich mehr mit deinem unterbewusstsein kindheitlichen prägungen warum wir das werden was wir werden wenn wir erwachsen sind auseinandersetzen möchtest dann bestell dir gern mein buch den link dazu findest du wie immer im beschreibungstext dieser episode klick dich jetzt durch viel spaß beim schmökern und beim ausprobieren meiner vier übungen um deine energie zu entdecken zu lenken zu steigern und zu erhalten und bis in zwei wochen pass gut auf dich auf deine Susi zum nächsten Mal du bist du bist du bist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020